Herzlich willkommen zurück zu Endzone World Apart. Ich bin die Miri und ja, wir sind zurück in unserer Siedlung, die extrem verstrahlt ist, da wir im Moment hoch kontaminierten Regen genießen dürfen. Das heißt, dass im Moment so ziemlich alle Nahrungs- und Wasserressourcen, die wir haben, eben sehr kontaminiert sind, auch einige andere Ressourcen, unerfreulicherweise. Ja, hier sind auch ein paar Pilze, die halt recht kontaminiert sind. Holz wird anscheinend nicht kontaminiert. Naja, auf jeden Fall, deswegen haben wir hier einen D-Kontaminierungsposten, der im Moment, glaube ich, voll auf Hochtouren läuft. Und wir müssen denen mal so ein bisschen den Radius noch etwas anpassen. Und zwar hätte ich das gerne so, dass auch der Marktplatz dann ganz gut drin ist, wenn er dann fertig gebaut ist. Das wird noch eine Weile dauern, weil die hier noch 288 Strahlung vorher entfernen müssen. Bevor hier überhaupt irgendwas läuft. Naja. Oh, hier ist alles voll? Nee, ist es nicht. Was ist hier los? Hier ist gar nichts los. Hier, Essensausgabe ist voll. Tja. Ähm. Und die Sammlerhütte? Ah ja, wir sind hier am Limit mit unserem Essen. Das heißt, ich werde das hier wieder ein bisschen hochsetzen. Ich gehe mal jetzt auf 8000 Nahrung. Man will natürlich nicht, dass die auf einmal nicht mehr produzieren können. Das wäre ja natürlich ein Ding. Ich könnte natürlich jetzt für zukünftige Sachen, wenn ich was baue, dann auch sagen, dass ich ein bisschen was von der Nahrungsproduktion wegnehme. Weil wir ja offensichtlich ein deutliches Plus fahren. Ähm. Muss man nur ein bisschen im Auge behalten. Okay, Strahlung wird abgebaut. Geht reinigermaßen schnell. Und jetzt haben wir nur noch mittelkontaminierten Regen. Äh, auch nicht unbedingt schön. Aber, gut. Damit können wir schon etwas besser umgehen. Es fehlt immer noch etwas an Metall und Stoff. Das liegt, denke ich, vor allem daran, dass wir eben zwischendrin diese Unterbrechungen hatten. Das ist jetzt reserviert. Acht. Mhm. Auch hier. Das müsste eigentlich klappen. Aha. Unsere Tiere sind auch verseucht. Mal sehen, wie die Dekontaminierer hier vorankommen. Wo sind die überhaupt? Wir haben noch zwei Stück. Ah, hier ist einer. Arbeitet. Sagt er. Okay. Ja, wahrscheinlich wird hier ein weiteres Kit hergestellt. Das kann man auch alles schön sehen, ne? Also, wenn man hier reinguckt in die ganzen Gebäude, da sieht man dann auch wirklich, wie die arbeiten. Das ist schon sehr schön. Und hier, dadurch, dass das jetzt ausgebaut ist, haben wir jetzt auch hier ein Lagerfeuer, an dem sich die Leute treffen können. Erhöht etwas die Zuversicht, haben wir ja schon gelesen. Also, nicht verkehrt. Naja. Aber die Dekontaminierer werden noch eine Weile zu tun haben, fürchte ich. Oh Gott. Das ist ja, das ist auch radioaktiv. Ja. Wir könnten auch das hier verbessern. Wäre, glaube ich, keine verkehrte Idee. Allerdings müsste ich dann jetzt bei den Köhlern auch nochmal einen mehr reinsetzen, sonst schaffen die das nicht, mit der Kohle hinterher zu kommen. Und wir brauchen ein paar Logistiker mehr, wenn wir den Markt hier haben. Da werde ich mal gleich vier Stück für einen setzen. Wir müssen auch unbedingt noch mehr, mehr Wasser zusammenbekommen. Wir müssen auch unbedingt noch mehr, mehr Wasser zusammenbekommen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das Einzige, was hier gut läuft, das in Plastik ist. Das liegt aber auch daran, dass das nirgendswo verbraucht wird. Wäre natürlich was anderes, wenn ich irgendwann den Strahlenanzug herstelle. Was ich aber derzeit nicht vorhabe. So. Werkzeug hält sich. Liegt auch daran, dass die kein Metall haben. Ich meine, es gibt welches, ne? Es ist nicht so, dass es keins gäbe. Es ist einfach nur nicht verfügbar für die. Aber man sieht, die Dekontaminerer haben jetzt schon auch Arbeit geleistet. Ich glaube hier, der Fisch, der war ja kontaminiert. Und auch das hier oben irgendwo war doch noch was kontaminiert. Ach, genau, die Jagdhütte war auch kontaminiert. Auch das haben wir gelöst, das Problem. So, hier sind 25. Und hier sind auch fast 25. Also viel Platz haben wir wieder nicht für unsere Siedler, ne? Sieht man das eigentlich irgendwo? Gibt es irgendwo eine Wohnraumverteilung? Ne, gibt es. Aber was ich eigentlich suche, wäre wie viele Häuser ich habe und wie viele davon besetzt sind. Aber hier Ressourcen? Hm. Nee. Eigentlich suche ich halt nach den Hütten. Hm. 48 leben in der Zuflucht und 63 in der Hütte. Na, ich schätze mal, dass ich noch so 3-4 Plätze frei habe. Bevor ich wieder was bauen muss. Wie geht es denn hier eigentlich voran? Es fehlt noch ein bisschen Metall und ein bisschen Stoff, aber dann haben wir das. Und hier Plastik, Kohle, Holz. Aber Holz haben wir jetzt ausnahmsweise mal genug. Also das Problem haben wir gelöst. Ja, ich hatte gesagt, ich würde mal vielleicht ein Sanitätshaus oder den Erkundungsposten bauen. Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, was ich dringender brauche. Ich meine, die durchschnittliche Gesundheit sinkt derzeit etwas. Das kommt natürlich auch durch die hohe Verstrahlung. Das heißt, das Sanitätshaus wäre nicht ganz blöd. Allerdings brauche ich auch nur eine ganze Menge mehr Metall dafür. Hm. Kann ich irgendwas machen, um die Produktivität hier hinten zu steigern? Weiß ich noch nicht so richtig. Das mit dem Metall und dem Stoff ist schon ein Problem. Ich brauche da noch mehr. Ja. Okay. Wieder so viele, die frei sind. Ja, also ich muss jetzt wirklich mal was tun. Ich muss irgendwas bauen und ich muss vor allem... Ich muss mehr Metall und mehr Stoff bekommen. Da hilft ja nichts. Ich muss einfach noch mehr... Noch mehr Recycler bauen. Da komme ich nicht drum rum. Hier würde noch einer hinpassen. Wie breit sind die? Ja, zu breit, ne? Aber in fünf. Schade. Das passt auch nicht so richtig. Obwohl... Der Hintergrund ist, dass ich die nicht so weit weg haben möchte von diesem Zentrum. Auf der anderen Seite sind die eigentlich vom Laufweg genauso weit weg wie die hier. Das heißt, ich kann hier problemlos noch ein paar Recycler hinstellen. Also einen für Metall, einen für Stoff. Es wird jetzt zwar allmählich hier ein bisschen besser, aber wir müssen da mal ein bisschen mehr aufbauen. Es wird ja auch nicht weniger, was wir verbrauchen, ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Okay, einer hat wieder keine Unterkunft. Dann werde ich nochmal ein paar Hütten bauen. Und der Markt ist fertig. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Okay, jetzt erstmal Hütten. Die passen auch wirklich perfekt hier dran. Okay, ich baue jetzt mal so sechs Hütten. Das sollte für die nächste Zeit erstmal reichen. Das ist halt immer so ein Spiel, ne? Also man muss aufpassen, dass man nicht zu viel baut. Aber zu wenig Hütten darf man auch nicht bauen. Weil sonst haben wir irgendwann nicht mehr genug Nachwuchs. Und dann bricht die ganze Wirtschaft zusammen. Und das wäre auch nicht das, was ich möchte. Also immer schön aufpassen. Die Kontaminierer, kommen die klar? Ja, die Strahlung ist immer noch zu hoch. Liegt daran, dass hier der Regen immer noch so kontaminiert ist. Und ich den jetzt aufmache. Ich meine, schwach kontaminiert kann ich ertragen. Ertragen, sag ich mal. Damit könnte ich klarkommen. Und hier müsste ich jetzt mal auch die Filterung anmachen. Das heißt allerdings auch, dass wir noch mehr Kohle brauchen. Gut, aber wir haben genug... Wir haben wirklich genug Holzproduktion mittlerweile. Können wir hier Probleme, dass noch einen einstellen. So, dann werde ich außerdem noch einen weiteren Lehrer beschäftigen. Und vielleicht noch ein paar Wasserträger. Man kann nie genug Wasserträger haben. Ja. Population wächst... Boah Gott, das werden noch mehr Erwachsene. Das wird noch ein bisschen heftig. Okay. Immerhin geht das jetzt hier wieder in die richtige Richtung. Auch ohne meine beiden weiteren Sondierer. Die ich jetzt schon mal einplane. Ja. Und der Kräutersammler muss man sagen, also der hält sich auf seinem Niveau. Das heißt, dass im Moment wohl ungefähr so viel verbraucht wird, wie er produziert. Und das wiederum heißt, dass ich vielleicht nochmal einen einstellen müsste hier. Wenn mal wieder jemand erwachsen geworden ist. Schauen wir uns mal den Markt genauer an. Oh, die nächste Dürre kündigt sich an. Heute kein Regen. Okay. Ja, so sieht das aus. Da holen sich unsere Siedler jetzt die Sachen, die sie brauchen. Und ich muss natürlich hier auch den Umkreis wieder einstellen, aus dem er sich das holen soll. Da soll er mal diesen Umkreis wählen. Das heißt, dass er von hier aus diesem Lager, aber auch eben aus diesem Lager hier oben, Ressourcen holen wird. Und was auch interessant ist, er holt sich eben nicht nur Essen, sondern eben auch so Halstücher aktiv, Kohlemasken. Deswegen auch nicht wundern, wenn hier zwischendrin auf einmal mal die Werkzeuge runtergehen. Das liegt einfach nur daran, dass sie hier gerade runterproduzt, äh, ja, runter, ähm, gebracht werden. Und was ja in Ordnung ist, ne, also das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, ja. Und die haben auch, die bringen auch Holz und Schrott hier runter. Das ist also auch nicht verkehrt, wenn man dann hier unten was baut, dann ist auch hier der Weg nicht ganz so weit. Und man kann das aber auch einstellen. Also wenn man irgendwas nicht hier haben möchte, wenn ich zum Beispiel sage, ich will hier kein Rohmaterial haben oder einzelne Sachen nicht, zum Beispiel Elektronik brauche ich nicht, ne, dann kann man das auch sein lassen. Dann kann man das alles abschalten. Also das ist eigentlich ganz gut gelöst. Ist nicht so die absolute Keule, sondern lässt sich eigentlich ganz gut steuern. Ja, es ist ein bisschen trocken geworden. Kontamination ist immer noch recht hoch. Ja. Nahrung ist in Ordnung. Wasser könnte mehr sein. Das kennen wir ja. Das hier ist allerdings voll. Er ist nicht voll. Ja. Mein nächstes Ding, wie gesagt, der Sanitätshaus. Ich warte eigentlich nur darauf, dass hier mal ein bisschen mehr Metall da ist. denn ich glaube, ich glaube irgendwie 16 Metall oder so. Das muss ich natürlich erst mal zusammenbekommen. So. Es sind wieder Leute erwachsen geworden. Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich doch machen. Äh. Ich werde erst mal ein paar weitere Wasserträger einstellen. Und offenbar haben wir ja da ein kleines Problem. Man könnte schon auch überlegen, ob er vielleicht mal langsam einen zweiten Brunnen baut. Lass mich mal schauen. Was kostet der Brunnen nochmal? Eigentlich nur Schrott. Das ist recht einfach zu lösen. Schauen wir mal, wie die Effizienz so ist. So könnte man das bauen. Die würden sich auch nicht überschneiden. Das ist eigentlich der perfekte Ort dafür. So machen wir das. Und wenn wir jetzt hier den Radius nochmal ein bisschen anpassen, sodass er sich das Bodenwasser auch holt, dann sollte das kein Problem mehr sein. Oh, da sind wieder Leute erwachsen geworden. Ja. Das ist jetzt ganz ordentlich, was hier zusammenkommt. Was für ein Problem hat er? Strahlenanzug, Medizin oder Halstuch? Hat er nicht. Oder kann er nicht holen? Also Strahlenanzug ist klar, weil wir es einfach nicht haben. Oh, mein Werkzeug wird dramatisch zur Neige. Wir haben kein Metall. Das ist das große Problem. Wir haben einfach kein Metall. Also was anderes als mehr von denen hier hinstellen, weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Wir könnten natürlich jetzt einfach mal sagen, wir machen darübergehend Schrottwerkzeug, damit wir überhaupt Werkzeug zusammenbekommen. weil Schrottwerkzeug ist besser als kein Werkzeug. Das müsste auch klappen. Damit die überhaupt weiterhin versorgt sind, weil ganz ohne Werkzeug, das will man nicht. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das will keiner. So. Die sind hier fast fertig und wir haben schon wieder, wir haben immer noch so viele Obdachlose. Ich glaube, ich muss einfach noch eine weitere Zuflucht bauen. Problem, wir haben keinen Stoff. Zuflucht geht hier nicht. Dann wäre das wieder hier. Also die Zuflucht dorthin. Und ich werde zur Überbrückung natürlich schon ein paar Hütten bauen. Damit die jetzt wenigstens nicht obdachlos hier unterwegs sein müssen. Mehr geht nicht. Die drei Hütten. Okay. Die Siedlung wächst. Das läuft eigentlich erstaunlich gut mit dem Strahlenschutz dafür, dass wir keinen Stoff haben. So. Um die Effizienz etwas zu erhöhen, werde ich hier noch eine Straße dazu bauen. Es gibt, glaube ich, auch noch den einen oder anderen Ort, wo ich keine Straße gebaut habe. Hier zum Beispiel. Das könnten wir aber noch nachholen. Dann könnte ich hier einmal rundherum. Straßen sind hier sicherlich nicht das Allerwichtigste, was man tun kann, aber ich habe das einfach gerne so. Ich mag Straßen. Ein weiterer Brunnenwart wäre nicht verkehrt. Verstrahlung hat sich nichts verändert. Aber wir haben jetzt unkontaminierten Regen. Das heißt, ab jetzt müsste die auch wieder ein bisschen zurückgehen. Und hier vorne sehe ich, gibt es kein Holz mehr oder so gut wie keins mehr. Dann sollen sie jetzt mal hier unten die Bäume abholzen. Ganz in der Nähe. so, was haben wir denn noch so? Es geht zumindest mal aufwärts. Es ist zumindest mal was da, was verwendet werden kann. seh ich irgendwo bei der Produktion hier, wie viel verbraucht wird. Kann ich das irgendwie filtern? Werkzeuge, aber es muss doch hier auch irgendwo Metall geben, oder? Ah, hier kann ich tatsächlich alles noch aufmachen. Okay. Metall. Ja, mitunter hier zwischendrin haben sie mehr verbraucht, das ist klar. Aber dann wurde eigentlich immer etwas mehr produziert. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich denke, das wird auch bei den anderen so sein. Wo sind wir denn? Stoff. Stoff brauche ich. Hä? Hier, Stoff. Mh-mh. Okay. Deswegen wurde das auch nicht angezeigt. Weil der Lagerbestand null war. Vermute ich. Jetzt einfach mal so. Aber andererseits nicht mehr, das wird auch angezeigt, obwohl der Lagerbestand definitiv null ist. Ach, naja. Verstehe das, wer will. Es gibt auf jeden Fall wieder Stoff. Das ist ja schon mal eine schöne Neuigkeit. Auch wenn irgendwie alles wahrscheinlich hierfür etwas reserviert wird. Jetzt muss sowieso erstmal wieder die Strahlung weg. Aber ich meine, im Moment tut sich da noch nichts. Dazu müsste es halt auch mal regnen. Schauen wir mal. Aber wenigstens, also es hat sich schon was verbessert. Denn vorher war hier ja mittlere Strahlung. Die ist jetzt schon mal weg. Das ist schon mal eigentlich eine gute Sache. Und hier wird es auch langsam weniger. Also allmählich ist die Strahlung wieder etwas auf dem Rückzug. Ist mal eine vorsichtige, positive Neuigkeit. Ja. Wo ich jetzt noch wieder nicht dazu gekommen bin, ist mein Erkundungsteam. Was ist denn eher was fürs nächste Mal? Würde aber zumindest mal gerne das Sanitätshaus in Auftrag geben. Hm. Wo passt denn das am besten hin? Ich soll es vielleicht nicht zu weit weg machen vom Marktplatz. Weil dort wird wahrscheinlich auch Medizin gespeichert werden. Eigentlich wäre hier schon ein ziemlich perfekter Platz. Da muss ich zwar mich von meinen Wasserplänen hier etwas verabschieden. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Wasser zu speichern oder beziehungsweise an anderen Orten. Ja. Ich denke, hier werde ich mein Sanitätshaus bauen. Das ist insofern auch gut, weil es eben genau zwischen den beiden Siedlungsteilen ist. Das ist eine ganz gute Sache. Dazu brauchen wir natürlich jetzt ein paar Sanitäter. Mindestens einen. Ich wollte ja auch ein paar Kräutersammler noch einstellen. Fiel mir gerade ein. Die brauchen wir dann jetzt auch. Hm. Ja. Und dann machen wir noch ein paar Wasser-Mula. Die sollen sich hier mal noch mit beschäftigen. Ja. Ja, Lager zu 5% ausgelastet. Wahnsinn. Ja, ihr seht, hier sind 128 Kräuter drin. Das ist ziemlich gut. Okay. Da sind wir doch eigentlich schon ganz gut weit gekommen. Eigentlich finde ich, es ist ein ziemlich solider Start. Man muss natürlich das alles immer im Auge behalten. Man hat es ja auch schon ein paar Mal gesehen, da passt man mal ein paar Minuten nicht auf und zack gibt es ein Riesenproblem. Es fehlt der Schrott und auf einmal funktioniert alles nichts mehr. Oder ich meine, dasselbe kann einem auch mit Wasser und Nahrung passieren. Das ist natürlich dann ein bisschen schlimmer auch. So haben wir jetzt glaube ich nochmal die Kurve gekriegt. Das wird jetzt langsam mehr werden mit Metall und Stoff und dann können wir hier auch weitermachen. Ja, aber wie es weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Eure Miri. das ist, was noch ein bisschen ist. Vielen Dank.